Knotten! Alles was ich sehe ist ein großer Turnschuh. Das ist der Chuchuchu, Charlie! Chuchuchu! Glaube ich. Mette, schreib doch nochmal, was A Way Out sein soll. It Takes Two habe ich schon auf meiner Liste. Nicht, dass wir das spielen, aber zumindest eventuell was für uns wäre. Das ist das, was Dennis meinte mit diesen zwei Knastbrüdern. Wo man aus dem Gefängnis ausbrechen muss. Oh, er ist wieder... Genau, A Way Out. Das müsste doch nicht in den Knast sein. Ich brauche keine Hilfe! Ich brauche keine Hilfe! Erstmal einen Schluck trinken. Oh, ein Drink! Nach dem Tor gönne ich mir das auch. Lass es wohl fahren. Prost! Richtig! Auf euch! Heute gibt es nur Wasser, nicht wie letzte Woche Sekt. Ah! Das ist ein leckerer Burger! Oh nein, sorry! Alles gut. Alles geht schief. Jetzt torpediert mich Dennis sogar schon. Manchmal braucht man nicht mehr. Das ist super gemacht. Manchmal braucht es nur einen... Ich hätte ja auch gerade ein Tor geschossen, aber du meintest ja... Entschuldigung! Verbrecher und Diebe haben nicht die geringste Chance, wenn Dennis zuschlägt. Das tut mir ja leid. War keine Absicht. Hat diesen Burschen schon mal jemand verprügelt? Ja, das öfteren sogar. Würde ich jetzt gerne. Aber Verlaufer, Kamera? Yeah! Ich habe auch mal ein Tor geschossen! So. Guck mal! Guck mal, wo ich war. Ich hätte es machen können. Aber du bist eher der gewalttätige Typ. Ja, ich habe gedacht, ich mache die Volksbank. Hallo? Wieso fail? War doch gut. Bin ich traurig. War doch voll gut. Ich habe den Weg frei gemacht. Ja, okay. Er war eh erst am Ball als ich. Von daher. War ja eh immer das. Und Judo! Das ist auch nicht! So nicht. Für dich! Verdammt! Ach so schlecht! Charlie! 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 Ich bin doch hier! Was willst du denn? Wir sind auf einer Brücke, Charlie! Ja! Auf der Brücke, Paul! Ach, ich bin doch hier! Das war das Glückste, was du jemals gesagt hast und niemand hat es gehört. Ach ist das so? Wusst ihr nicht. Echt? Das ist dann aber neu, weil das war damals nämlich noch nicht. Die geben meistens eh vorher auf. Also ich habe bis, ich glaube Season 6 oder so habe ich gespielt. Das war früher auf jeden Fall so geschafft. Ach so. Aber bei Season 6 war das aber definitiv noch nicht. Das war meine aktive Zeit. Die meisten geben eh vorher auf. Also ich habe es ja noch nie erlebt, dass man hier so viele Tore schießt, ohne dass die Leute aufgegeben haben. Und du hast es gesuchtet würde ich sagen. Ja, habe ich ja auch. Ich sage ja, ich war da mal schlimm. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich habe das jetzt vor dem Stream so ein bisschen, um mich nicht komplett zu blamieren, habe ich halt ein bisschen gespielt und ich muss zugeben, sagen, das macht echt süchtig. Wobei ich muss ja auch dazu sagen, ich habe das in etlichen Facetten gespielt. Also ich habe, ich bin jetzt nicht so der Typ, der. Ja. Ja.